Mein Name ist Dr. Fabian Häuser. Ich bin der Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin sowie ärztlicher Direktor der Asklepios Klinik in Lindau. Unser erfahrenes Team aus Fachärzten für Anästhesie und Intensivmedizin betreut sämtliche operativen Patienten in diesem Haus. Darunter sind die Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie im Endopothetikzentrum Bodensee sowie aus unserem Wirbelsäulenzentrum der Allgemeinkirurgie, der Gynäkologie und Geburtshilfe, der Sportorthopädie sowie der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und für die Urologie. Des Weiteren versorgen wir die Patienten auf den Stationen in der Schmerztherapie. Wir sorgen dafür mit speziellen Katheter-Techniken oder medikamentöser Therapie, dass sie die Operation gut überstehen und möglichst schmerzfrei sind. Des Weiteren arbeiten die Mitarbeiter der Anästhesieabteilung auch im Notarztdienst der Stadt Lindau und stellen so die Versorgung in der Notfallmedizin für die Bürger von Lindau zur Verfügung und sicher. Des Weiteren haben wir eine Intensivstation, die 24 Stunden am Tag schwerkranke Patienten betreut, aus unterschiedlichsten Fachrichtungen, ebenfalls auch aus der inneren Medizin.